so hallo ich bin mark freukes bin vor 48 jahren im ruhrgebiet geboren worden und vor etwa zehn jahren in den odenwald gezogen wo ich jetzt auch sitze auf dem roten sessel ich habe nicht nur ein lieblingsplatz sondern mehrere einige und also das hier ist einer von den lieblingsplätzen und da steht mein bauwagen und meine jurte und ja das ist mein lieblingsplatz dann zeige ich euch jetzt mal wo ich wohne heimat ist für mich der platz wo ich mich wohl fühlen also wo ich wieder energie tanken kann und möglichst mit organischen lebenden baustoffen und da bin ich glaube ich im wald ganz gut aufgehoben und deutschland ist auch meine heimat muss ich ganz ehrlich sagen also ich kann es mir schwer vorstellen irgendwo im ausland zu wohnen was vielleicht mal eine kurze zeit aber also ich bin in deutschland beheimatet es fühlt sich mehr nach heimat an als das was ich vorher gelebt habe 38 oder 39 jahre also da bin ich hier eher zu hause als als in der zivilisation ich habe vorher sieben jahre an einem platz gewohnt unweit von hier also nur fünf sechs kilometer weg und da kam es zu einer auseinandersetzung mit dem bauamt heppenheim und da wurde ich sozusagen vertrieben von meiner heimat und seit zwei jahren wohne ich jetzt hier ja also es gab eine initialzündung und die initialzündung war ja so eine innere unzufriedenheit mit meiner lebenssituation vor zehn jahren etwa also meine golf lehrer tätigkeit hat mich nicht mehr zufrieden gemacht dann habe ich gesehen dass wäre dass wir eigentlich unsere lebensgrundlage zerstören und ich wollte auch mit weniger geld klarkommen meinen wohnraum verkleinern und dann habe ich so mit mir selber ja ich sag mal so aufstellungsarbeit gemacht also ich habe so überlegt also was mir sehr liegt und wo es mich hinzieht und dann kam immer raus natur und dem bin ich nachgegangen so lange man im wald ja das lag jetzt direkt oben ich nehme das andere ach ich sehe schon wie könnte es anders ja super siehst du so finden doch die 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 richtige sachen die leute ja freiheit das ist eins der zentralen themen in meinem leben und für mich ist freiheit heute dass ich mich so ein bisschen löse von diesen ideologien und zum beispiel auch ja versuche zu ertragen dass es manchmal unordentlich ist oder dass ich nicht alles an einem tag erledigt bekomme an aufgaben und arbeiten und natürlich auch dass ich hier draußen sein kann das sind so grob meine meine punkte die ich an ja an freiheit versuche zu einzubauen in meinem leben und das hat natürlich auch viel mit meiner erziehung zu tun und mit den idealen meiner eltern und dem wunschdenken meiner mutter aus mir einen angepassten sohn zu machen ja mama das hat leider nicht gepasst das hat nicht funktioniert dafür ist da ein sehr freiheitsliebender mensch rausgekommen und ich glaube da gibt es viele die so ähnlich leben oder so in diese richtung wollen und gar nicht merken wie sie sich selber an ihrer eigenen freiheit beschneiden und da glaube ich da ist immer ganz gut wenn man so ein freiheitsbestreben hat immer mal in den spiegel zu gucken und sich zu fragen lebe ich eigentlich freiheit oder schaffe ich mir nur eine andere kiste und das ist hier relativ gefährlich also hier kann man sich eine ganz schöne kiste bauen also natürlich auch die kiste ist ja ganz nett geworden aber ich meine jetzt so eine mentale kiste wo man gar nicht mehr frei ist sondern halt sklave seiner selbst da muss man ganz schön aufpassen also wenn wenn die verbindung da ist wenn man sich mit der mit der umwelt mit der heimat identifiziert dann entsteht so ein gefühl von hier bin ich angekommen hier fühle ich mich wohl und hier geht es mir gut also wenn wenn ich so total rausgerissen bin dann will ich da gar nicht sein und wenn ich verbindung spüre auf irgendeine art also mit den tieren oder mit den menschen dann oder mit der umwelt dann fühle ich mich zu hause und dass da das hier also der wald und die natur natürlich viel mehr lebt als die stadt weil da leben nur die menschen ist das hier für mich mehr heimat weil hier mehr leben ist weil ich hier mehr verbunden bin als jetzt die stadt zum beispiel auch mal ein bisschen Oh, you're fine.